Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Pixel Piracy. Wir befinden uns nach wie vor an der kleinen Insel, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Und bevor wir aber jetzt loslegen, möchte ich ja was Nettes einführen, denn mir ist was aufgefallen. Wenn wir zum Beispiel hier bei Santo Carvat auf dem sein Profil gehen, sagen wir es mal so, gibt es eine Neuerung und neuerdings kann ich hier oben auf den Namen klicken und kann hier einen anderen Namen eintippen, bla 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 bla. Und da ist mir die Idee gekommen, dass wir dieses Let's Play ein bisschen interaktiver machen könnten, denn wir könnten hier zum Beispiel deinen Namen reinschreiben. Das heißt, ich möchte euch, also die Zuschauer, mit ins Spiel nehmen und euch die Möglichkeit geben, ein Pirat auf unserer Crew zu werden und mit uns auf Reise zu gehen. Und ja, wie wird das funktionieren? Ganz einfach, ihr könnt euch in den Kommentaren bewerben. Das heißt, wenn ihr wollt, dass ich euch mit in dieses Spiel reinnehme, dann schreibt doch in den Kommentar einfach, dass ihr das wollt und vielleicht ein paar Zeilen, warum. Also vielleicht, dass ihr vielleicht auch ein paar Wünsche habt, was ihr werden wollt oder irgend so was in die Richtung. Muss jetzt kein Roman werden, aber einfach so ein paar Zeilen, warum ich euch nehmen sollte. Und die, die mir am besten gefallen oder die mir gerade am besten passen von den Anforderungen her, die werde ich dann mit ins Spiel nehmen. Und ja, ich finde das eine ganz nette Idee. Bezieht euch auch ein bisschen mit rein. Ihr müsst aber auch, wenn ihr euch bewerbt, müsst ihr auch damit rechnen, dass, naja, die Piraten sind ja zufällig. Das heißt, wenn wir einen kaufen, dabei nenne ich den um. Und der kann aber auch total doof sein. Das heißt, ihr müsst damit leben können, dass ihr eventuell total doof seid. Also, nur weil ihr dann drin seid, behandle ich euch nicht wie, oh, ganz toll. Also, wie gesagt, wenn ihr wollt, mit ins Spiel kommen wollt, dann bewerbt euch, schreibt es in die Kommentare rein und dann könnt ihr bald hier stehen und ein Teil unserer Crew werden. Denn die beiden, die lasse ich so natürlich. Die gehören schon dazu. Ich möchte jetzt auch nicht ausschließen, dass ich mir Piraten, wenn da irgendwo in den Kavernen ein ganz toller Pirat ist, der einen super geilen Namen hat, dann werde ich den natürlich auch mal nehmen. Aber ich werde versuchen, möglichst viele von euch mit ins Boot zu holen, sozusagen. Genau. Prima. Dann können wir hier ja weggehen. Spielen wir weiter. Und jetzt muss ich mich erst ein bisschen zurechtfinden. Das war, glaube ich, unsere Startinsel. Das heißt, wir fahren jetzt nach oben, oder? Explored. Wo sind wir denn? Ich kenne mich gerade nicht mehr aus. Das letzte Mal, als ich gespielt habe, ist schon zwei Wochen her. Dementsprechend explored. Da war ich schon. Das ist interessant. Aber da oben noch nicht. Also fahre ich dann trotzdem erstmal da oben hin und schaue mal, was uns da erwarten wird. Ja, genau. Also, bewerbt euch, schreibt es in die Kommentare. Würde mich sehr freuen. Und wenn ich eine große Auswahl hätte. Und was mir auch aufgefallen ist, schaut mal hier. Plate Time. Eine Stunde, 101 Minuten. Wir sind jetzt dreistellig in der Minutenzahl. Ich finde es lustig. Gut. Dann sind wir jetzt hier. Und da waren wir aber noch nicht. Sind wir hier dann einfach mal wieder weggefahren oder sowas? Macht nichts. Wir gehen trotzdem mal einfach auf diese Insel drauf. Auch wenn die offiziell schon explored war. Und ich traue mich jetzt einfach, dass wir die schaffen. Oh, die plündern uns. Die plündern uns. Kommt hoch. Hallo. Helft mir. Wir haben ja unsere fette Axt. Achja. Und die Angel sollte ich ihm natürlich aus der Hand legen. Bone Blade. Fishing Rod. Große Axt. Gut. Dann warten wir doch einfach, bis die anderen auf unser Schiff kommen. Das finde ich sehr angenehm. Kommt mal wieder hoch hier. Und greift die an. Zack. Und schon ist er im Wasser. Das ging ja schnell. Das ist natürlich bitter hier mit dieser fetten Axt. Die hat einen ganz bösen Knockback. Und ähm. Kann aber auch sein, dass das einfach meine Reinigungsaktion war. Dass ich einfach die Leiche über Bord geworfen habe. Ja, das war's dann ja schon. Dann sind ja noch ein paar Tierchen. So. Die machen wir auch noch kaputt. Interessant. Interessant. Und da hinten ist noch so eine... Ich weiß immer noch nicht, was es genau ist. Wo ist da? Muschel. Aus der Insel. Äh. Aus der Muschel. So. Genau. Und da ist wieder so eine Perle drin. Gut. Dann können die doch schon mal wieder zurückgehen, während ich mal hier mich wieder vergnüge. Und diese Schatzinsel... Äh. Schatzinsel. Schatztruhe. Ich bin irgendwie noch nicht so ganz fit heute. Schatztruhe. Plündere. Und dann hole ich mir natürlich auch noch so eine Kokosnuss hier. Eins, zwei, drei. Drei Kokosnüsse. Wunderbar. Insel fertig. Zurück aufs Schiff. Und er ist irgendwie gelb. Der Santo. Der hört gar nicht mehr so richtig auf mich. Ich habe so das Gefühl, dem muss ich was bezahlen. Na, geht eigentlich. Die Moral ist gar nicht so schlecht. Hat ein bisschen Hunger. Ähm. Hör mal. So ist es halt. Jetzt kriegt er erstmal seine Angel wieder. Dass er wieder etwas fischt. Und Fische haben wir ja unten noch. Aber was wir in dem Fall machen könnten, ist, dass wir die restlichen Fische, die wir bestimmt jetzt gesammelt haben, naja, einer schon mal hinlegen. Dann kann der schon mal kochen. Gut. Dann fahren wir weiter. Weiter nach Norden. Äh. Und da oben erwarten wir schon wieder Piraten. Aber davor haben wir noch diese Insel B-B-Busirus. B-Busirus. So in der Art. Und ähm. Ja. Wie immer. Schauen wir mal, was uns da erwarten wird. Auf der großen Reise dorthin. Essen tun wir zumindest schon mal relativ viel. So. Und da sind wir. Schauen wir uns um. Da sind schon wieder Einwohner. 69. Der ist recht stark. Das ist ein Wiesel. Vor dem habe ich nicht so viel Angst. 73. Die sind relativ stark. Aber ich bin trotzdem optimistisch, dass wir das schaffen. Weil wir haben doch eine gute Crew. Und wenn der nicht seine Angel hat. Schauen wir mal, ob die wieder herkommen. Das finde ich immer angenehm, wenn die auf unser Schiff kommen. Perfekt. Das ist mir nämlich viel lieber, als wenn ich da runter muss. So. Jetzt können wir ihn langsam mal angreifen. Das wäre ganz praktisch. So. Der erste ist schon weg. Wir machen schon einen richtig bösen Schaden mittlerweile. So. Und die anderen beiden kommen auch gleich. Auf der anderen Seite ist es natürlich immer gefährlich, auf dem Schiff zu kämpfen. So. Genau. Gehen wir auch in den Keller. Äh. Ja. Auf der Leiter kämpfen ist natürlich auch interessant. Gut. Das war ja wieder mal relativ einfach. Und was können wir sonst noch hier? Ja. Dieses Wiesel. Und ein Tribal Hook. Okay. Das heißt, unsere Crew muss bitte mal mitkommen. Tribal Hook ist niemals gut. Aber dieses Wiesel, das kriege ich noch hin. Zack. Weg. Dann haben wir da ganz schön XP dafür bekommen. Das ist sehr aggressiv. So. Dann haben wir natürlich wieder hier die Schatztruhe. Und ihr bleibt mal bitte da stehen. Bevor ich das Tribal Hook aus... Mit dem Tribal Hook interagiere. Und ich habe schon wieder Angst. Ich habe schon wieder Angst. Interact. Oh. 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 So. Schauen wir erstmal. Das sind drei. Die kriegen wir hin. Ich fürchte, dass wir danach wieder ein bisschen bluten werden. Der bluten eh schon. Aber ich glaube, vielleicht kriegen wir dann noch so einen riesen... So eine riesen Axt für meine einer. Ich habe nämlich immer noch dieses Bone Blade. Aber die machen uns gar nichts mehr. Das ist... Das gefällt mir. Das ist gut. Sehr viel XP. Noch eine große Axt bekommen. Dann schauen wir doch gleich mal. So. Er hat noch das Bone Blade. Und jetzt haben wir dann wieder drei neue Äxte. Und die machen viel mehr Schaden. Hier. Er macht 14,93 Schaden. Und die mit dem jetzt 25,37. Also das ist prima so. Da kriegt er natürlich gleich eine. Wir haben schon wieder viel zu viele andere Schwerter. Also insgesamt hat es sich schon gelohnt, dass wir auf alle Fälle erst auswählen, dann denken und reden. So. Insgesamt hat es schon gelohnt, dass wir die ersten Stammesbewohner getötet haben. Dadurch haben wir nämlich dann wirklich eins von diesen oder zwei von diesen großen Äxten bekommen. Und die sind halt einfach immer. Und sehr gut. Und wir bluten. Das ist wiederum nicht so toll. Aber wir haben ja gelernt, dass das irgendwann aufhört. Und blutend oder nicht. Wir gehen auch blutend zu den nächsten Piraten. Stufe 2. Die kriegen wir hin. 901 Gold haben wir mittlerweile. Das ist ja ganz gut. Mittlerweile sind ja schon wieder einige Patches erschienen. Wir spielen mittlerweile mit Version 1.09, glaube ich. Ich finde es trotzdem sehr schade, dass wir es immer noch nicht hingekriegt haben, dass die Essenssachen oder die Reinigungsanimationen rausschießen. Also dass ich nicht immer mit dem Haufen hier vorgehe und dann wieder in Richtung Schiff schieße. Ich hoffe, das wird irgendwann mal geändert. Ich meine, das ist jetzt nicht schlimm, aber ein bisschen ärgerlich. So, natürlich interagieren wir. Und ich möchte jetzt meinen Fischer gerne mal fischen lassen. Ja, das sollten wir hinkriegen. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Er ist ja unser Fischer und ich bewege ihn jetzt mal in einer anderen Gruppe im Training. Dann dürfte er nämlich nicht mitlaufen. Probieren wir mal aus. Genau, und er fischt jetzt mal weiter. Ich bin einfach optimistisch, dass wir das auch so hinkriegen. Oh, schöne Töne machen die. Die reden mit mir. Gemein. Hallo, könntest du mir bitte helfen? Das wäre ganz toll. So ganz alleine kämpfen gegen die möchte ich jetzt auch nicht. Also die beiden Blutenden, die kämpfen jetzt gegen die beiden Piraten. Das war vielleicht auch ein bisschen optimistisch, aber es geht schon. Doch ein bisschen viel, viel, ein bisschen mehr Leben verloren, als ich eigentlich wollte. Aber ich fand es jetzt einfach mal wichtig, dass wir wieder ein bisschen Fisch generieren. Und der da drüben einfach mal fischt. So, hier ist noch eine Truhe oder was auch immer. Ich sehe es nicht, weil da Leichen davor liegen. Und ja, das war es dann schon wieder. Kann ich wieder rüber gehen. Nach wie vor bluten wir ein wenig. Und dann können wir das Schiff plündern. Bumm. Kriegen 84 Gold. Und wir sind... Hör mal. Wir haben eine schöne Zahl an Gold. Äh, Schiffsrater Food hat er mittlerweile was gesammelt. Zwei Fische hat er gesammelt. Das finde ich gut. Bauen wir gleich auf. Und können dann auf der World Map gleich weiter segeln. Jetzt wieder... Oh Gott, gibt es hier viel? Waterloo. Skookumchuck. Das ist ein schöner Name. Aber da sind die Piraten auch schon ein bisschen stärker. Aber wir haben ja schon gesehen, mit Level 3 Piraten kommen wir ganz gut zurecht. Wir gehen jetzt trotzdem in die Richtung Land of Pines. Auch schön. Also mal wieder eine Stadt. Und dann können wir da gucken, was es da so Schönes gibt. Ja, meine Einer heilt schon wieder ganz tapfer. Was auch ganz wichtig ist, solange wir bluten. Sonst muss ich irgendwann Items einsetzen. Und das möchte ich eigentlich vermeiden. Oh, und ich muss schon wieder Leichen entfernen. Das sieht so bescheuert aus. Zack. Und weg ist die Leiche. Okay. Plupp. Gut. Ah, das ist gut. Ich kann sogar mehrere Kategorien auf einmal auswählen. Ja, gut. Dann schauen wir uns das mal an. Was gibt es hier? Es gibt hier keine Kaserne. Das ist neu. Das kennt man noch nicht so. Deshalb lasse ich die beiden mal da. Er darf ein bisschen fischen. Also, wenn er fischen würde. Keine Ahnung, warum er jetzt nicht fischt. Oder fischt du. Und dann sieht es nicht so genau. Ach so, weil die Stinke sauer sind. Die sind etwas demoralisiert. Ist das natürlich ärgerlich, dass wir hier keine Taverne haben. Weil dann würden wir uns das ein bisschen, wir würden uns jetzt Moral boosten, jetzt ein bisschen sparen. So. Bottle of Rum. Na gut, dann kriegen die jetzt mal zwei Bottle of Rum. Damit ist er wieder grün. Und er genauso. Dann sparen wir Geld und jetzt bitte Fische wieder. Egal. Dann gehe ich jetzt mal alleine vor. Ich kämpfe erst mal gegen diese böse, böse Schildkröte. Wenn ich dann irgendwann mal angreifen werde. Aua. Böses Vieh. So. Dann erst mal dieses Schildkrönei. So, was gibt es hier? Hier gibt es wahrscheinlich wieder irgendwas Tolles zu essen. Rum. Natürlich. Ist das ein bisschen anders angeordnet? Das war doch sonst immer so länglich, oder? Wurde wohl ein bisschen angepasst. Ja gut, das ist halt Essen. Ich nehme einfach mal zwei Rum mit. Weil das ist mir mit Sicherheit nicht schade. Was haben wir denn noch hier, was wir verkaufen können? Halfwoodblocks. Die könnten wir mal verkaufen. Die brauchen wir nicht. Woodleather. Also einfach mal Geld generieren. Crab. Mann. Das war dieser kleine Misthaufen. Kackhaufen. Woodblocks. Wood. Ja, die verkaufen jetzt einfach mal alle. Fisch behalten wir natürlich. Gut. Nächstes Geschäft. Hier gibt es Waffen. Ähm. Ja. Spricht mich jetzt ganz spontan nichts an. So eine Pistole ist natürlich interessant. Tag Speed 0,8. Damage 10. Ist gar nicht schlecht. Ja, da ist das Tomahawk. 7. Mit 0,5. Das heißt insgesamt ist das Tomahawk eigentlich besser, oder? Aber jetzt auch hier verkaufen wir ein paar Sachen. Ähm. Giant Eggs. Da haben wir mehrere. Die sind ja nichts wert. Das ist ja. Bringt ja gar nichts, die zu verkaufen. Und wann sehe ich auch nicht mehr. Gut, Attack sehe ich natürlich. Okay, also mehr als ein Giant Eggs brauche ich jetzt gerade nicht. Ich behalte mal was. Puh, keine Ahnung. Messer haben wir mehrere. Blöd, dass man das nicht sortieren kann. Bone Blade und Viking Blade. Viking Sword. Die werde ich sowieso nicht verwenden. Flail sagt mir gerade nichts. Deshalb behalte ich es mal. und ja, passt schon. Was ist das denn? Okay. So, und da haben wir einen Lampen. Guck mal, Lampen. Sehr schön. Fire of Border. Woodship is always a good idea. Right. Ja, genau. Oh, Barrels. Barrels. Wir kriegen Barrels. Endlich haben wir Barrels. Da nehme ich gleich mal viele mit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Man weiß nicht, wie viele Barrels man braucht. Lampen sind auch nicht verkehrt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Lampen. Der Rest ist mir gerade recht egal. Paintings. Oh, Improves Moral of the Crew. Rue 1. Rue. Ich glaube, das sollte Crew heißen. Aber wenn Pflanzen die Moral verbessern, finde ich das gar nicht schlecht. Chicken nest. XP. XP when in a nest. Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Das verstehe ich jetzt nicht. Dann nennen wir einfach mal eine Pflanze mit. Keine Ahnung, was die uns bringt. Aber wird sicherlich gut sein. Hoffe ich. So, und hier haben wir wieder ganz viele... Oh, guck mal, mit Scrollbalken. Der ist ein bisschen hässlich. Mal schauen, was wir... Ob wir da irgendwas Interessantes finden. Bandages. Guck mal, Bandages. Holen wir mal ein paar Bandages. Dann können wir auch irgendwann mal aufhören zu bluten. Wobei ich jetzt, glaube ich, nicht... Pirate. How to swim. Macht das Sinn. Früh oder später auf alle Fälle. Ja, gut. Dr. Aura ist schon mal nicht schlecht. Fishing. Was haben wir denn noch? Bottle of Rum. Grindstone. Oh, die müssen wir unbedingt mal verwenden. Family Weapons. Die Windel. Ja, wir machen dann... Wir pupen nicht mehr. Wir scheißen nicht mehr. Aber das brauchen wir nicht wirklich. Das können wir verkaufen. Das Küchenmesser ist nett. Aber da brauchen wir nicht fünf. Da behalte ich mal eins erst mal. So, was haben wir da? Spider. Pirate doesn't suffer any. Pirate of Spider Poison. Okay, behalte ich einfach mal. Spider Egg. Die Moralsachen werden wir auf alle Fälle behalten. Die HP Sachen ebenfalls. Falcon Dance steals four strikes. It's stealing your level damage. Okay. Das sind Bücher. Kaboom. Ein bisschen scrollen. Das brauchen wir eigentlich nicht. Das ist zwar nett, aber... Brauche ich nicht. Paré. Eier. Lecker. Brot. Next Range Attack deals. Ja, ist auch nur eins. Dreimal Damage. Ist natürlich nett, aber... Ich behalte es mal. Sushi ist super. Hunger. Just like Kaboom, but weaker. Okay. Also, das explodiert beim Tod eines Piraten, aber macht nicht ganz so viel Schaden. So, jetzt haben wir immer noch relativ viel Zeug hier. Ah, die XP können wir mal verbrauchen. Moral können wir... Die Schildkröteneier können wir verkaufen, weil es Wertgegenstände sind. Die geben uns Geld einfach nur. Small Bra. Das finde ich immer noch super. Und BH, der regeneriert Moral. Finde ich sehr, sehr witzig. Genauso wie diese Dinge und Bandages haben wir ja gerade gekauft. Okay. Das reicht mir erstmal. Dann gehe ich mal wieder zurück aufs Schiff. Achte mal auf die Gesundheit meiner Leute. Na nun. Das war interessant. Achte mal auf die Gesundheit meiner Leute, weil der ist ja... Blutet ja nach wie vor. Ich verwende jetzt die Bandages nicht mehr, weil wir ja jetzt schon eine Zeit lang... Hallo. Kommst du? Weil ich gehe mal stark davon aus, dass es jetzt auch relativ bald wieder aufhört zu bluten und dann werden die Bandagen relativ... Ja... Unnutz eingesetzt. Genau. Beim nächsten Mal geht es weiter, denn wir sind schon wieder am Ende und wir werden uns beim nächsten Mal direkt mit diesen beiden Piraten hier auseinandersetzen. Und da bin ich schon mal gespannt, wie die so drauf sind. Und somit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wie gesagt, wie vorhin schon erwähnt, ähm... Schreibt mir eure Bewerbungen in die Kommentare, damit ihr Teil meiner Crew werdet. Wir werden relativ bald mit Sicherheit neue, äh, Crewmitglieder brauchen. Spätestens, wenn wir regelmäßig auf die Danger-3-Piraten stoßen, dann ist es mir lieber, wenn ich noch ein paar Leute dabei habe, die kämpfen können. Außerdem brauchen wir auch noch jemanden, der fischen kann, weil wir ja noch nicht so viel Fisch, äh, äh, angeln, wie wir brauchen. Also zumindest, wenn wir dann noch mehr Crewmitglieder haben. Ja, genau. Also ich freue mich auf eure Bewertungen, Bewerbungen und, äh, verabschiede mich für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.